Ich möchte schon, dass es einfach ein Bild gibt und dass es okay ist und dass es nicht nur okay ist, sondern hundertprozentig stimmt. Auch wenn die zehnte Spur nichts wird oder die fünfte oder die fünfzigste, dann ist für mich der Berg erledigt, dann gehe ich an den nächsten Berg. Weil dann stimmt irgendwie das Bild nicht. Ich fahre runter und freue mich schon auf die nächste Spur.